...deutschlands. Hier ziehe ich mich gerne zurück zum Entspannen. Hallo, ihr seid ja da. Herzlich willkommen. Mein Name ist Tess, vielleicht eher bekannt als Fancy. Bitte kommt doch rein. Wenn ich hierher komme, vergesse ich meinen Alltag. Trubel, Glitzerwelt und die Hektik. Das hier ist für mich die Gegenwelt. Das ist die Ziegenrasselbande hier. Hera, Vera und Zeus. Aber das sind nur Künstlernamen. In Wirklichkeit heißen die Lise, Lotte und Fritz. Es gibt da eine Weisheit, die passt genau hierher, finde ich. Wenn du Schönes in dir fühlst, wird Schönes dich umgeben. Von Fancy mit dem Single-Hit Again and Again. Das aktuelle Album von Fancy, Blue Planet, jetzt zu haben. Das aktuelle Album von Fancy, Blue Planet, jetzt zu haben. Das ist die Ziegenrasselbande hier. Das ist die Ziegenrasselbande hier. Zuhause dann, wenn du Schönes in dir gehst. Das ist die Ziegenrasselbande hier. Spannende Musik, die wir nicht alle sind. Und da müssen wir so gut fühlen. Die Ziegenräser werden. Die Ziegenräser werden in fol decides. Die Ziegenräser werden in folgt. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.